Der Aktienmarkt ist immer für eine Überraschung gut, so auch in den letzten Tagen. Viele rote Zahlen, viel, viel Abwärtspotenzial. Normalerweise beschäftigen wir uns im Montagsvideo ja damit, fundamentale Nachrichten zu betrachten oder Hintergrundinformationen, die jetzt nicht so viel Marktrauschen beinhalten, weil es in den meisten Fällen nichts bringt. Da die Bewegung in den letzten Tagen aber schon sehr, sehr stark ist, dachte ich, es macht ja Sinn, sich mal mit den Hintergründen, mit den Zusammenhängen und was eigentlich dort passiert, in gewisser Weise in den Kontext zu rücken und das Ganze so ein bisschen aufzuarbeiten. Ich habe natürlich auch keine Antwort, ich habe keine Glaskugel, aber wir beschäftigen uns mal ein bisschen damit. Und damit herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Malte-Lingnau. Ich hoffe, du hattest einen finanziell erfolgreichen Tag. Vor allem in den letzten Tagen war es, wenn man long investiert, war im Markt relativ schwierig. Kommende Woche kommen ein paar Videos dazu, die ein paar Antworten auch auf solche Fragen liefern. Aber an sich war es einfach eine sehr, sehr starke, impulsive Bewegung, die wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben. Kurz zur Info, ich drehe das Video am Freitag. Wir haben jetzt 13 Uhr. Das heißt, Markt der Öffnung Freitag ist nicht mit drin. Und je nachdem, wann ich das Video jetzt am Montag dann eröffne, kann es sein, dass sogar ein zweiter Handelstag nicht mit drin ist. Das heißt, was dort jetzt passiert, kann anders sein, als das, was ich jetzt sage. Und von daher das einfach nur zu berücksichtigen. Ich habe mir gerade die Futures angeguckt. Die stehen positiv, dass wir heute zumindest im Start davon aussieht, dass wir eine Hoch-, also eine Aufwärtsbewegung sehen werden. Aber an sich sind die letzten Tage, was ich festgestellt habe, was ich wahrgenommen habe, schon sehr, sehr prägend gewesen für einige. Warum? Was ich gemacht habe, ist, als ich so starke Bewegungen gesehen habe, mir ist es gar nicht mal direkt aufgefallen, weil ich jetzt auch gar nicht unbedingt immer jeden Tag ins Depot schaue, dass einfach viele Meldungen bei Facebook auf einmal reinkamen, die den Crash ausgerufen haben, dass es jetzt losgehen würde, dass die Wirtschaft jetzt kollabiert und so weiter und so weiter und so weiter. Das war für mich schon mal ein Zeichen, okay, irgendwas muss passiert sein. Und dann habe ich weiterhin so ein paar Gruppen gelesen in Großen und da war das das Top-Thema. Alle haben darüber diskutiert. Und was ich wieder erschreckend fand, was ich auch schon im Februar erschreckend fand, ist, wie wenig Antworten auf genau solche Situationen, die eintreten können, gefunden werden. Super emotionales Thema, bei dem impulsiv scheinbar gehandelt wird und bei Kursschwankungen im eigenen Depot von 3-5% schon die Alarmglocken so hoch schrillen, dass das Depot liquidiert wird, dass man ja nicht noch mehr verlieren kann. Das kann immer eine Option sein, ja, aber an der Schreibweise, die ich da immer wieder sehe und ich möchte mich da gar nicht irgendwie da drüber stellen oder sagen, dass das irgendwie schlecht ist, das ist ja, das tut mir ja für jeden Einzelnen auch leid, weil ich kenne ja diese Emotionalität auch. Es ist natürlich eine schlechte Sache. Kann man trotzdem vorbeugen, indem man Hausaufgaben macht. So, jetzt möchte ich auch gar nicht zu sehr auf was rumreiten oder über etwas drüber reden. Ich habe mir ein paar Sachen noch aufgeschrieben und zwar gibt es ja verschiedene Dinge, über die wir auch in den letzten Monaten gesprochen haben, gerade wenn wir wieder denken an die Crash-Indikatoren. Ich würde sagen, idealer Zeitpunkt, diese Videoserie gesehen zu haben, gedreht zu haben, genau abgeschlossen, bevor wir dann in so eine, ja, in einem möglichen Crash beginnen. Ich würde es jetzt keinen Crash nennen, aber es kann dazu sein, weil ich keine Glaskugel habe, weiß ich nicht, was kommt. Ich gehe jetzt persönlich nicht davon aus, dass wir jetzt sofort weiter runterfallen, nur ich erwarte auch eine gewisse Gegenbewegung, aber trotzdem sind die meisten Crash-Indikatoren weiterhin auf Alarmstufe und das, was ja jetzt im Endeffekt auch dazu geführt hat, dass wir so einen gewissen Kursrutsch sehen, war ja eine Art Zinsschock. Darüber haben wir auch in den Videos gesprochen zu den Crash-Indikatoren. Wir müssen immer daran denken, dass gerade das große Geld, was auch den Markt dominiert, immer dahin geht, wo die sicherste Rendite ist. Und wenn man in Staatsanleihen oder in gewissen Anlageformen relativ risikolos, zum Beispiel mit sehr, sehr guten Bewertungen, gutes Geld verdienen kann und das einfach sicher langfristig festverzinst anlegen kann, dann ist das immer ein Pol, zu dem sich Geld hinziehen wird. Und genauso ist es, wenn hier die Zinsen zu stark steigen, ist es natürlich Geld, das aus dem Markt zu schnell abfließt und dann dazu führt, dass der Markt fällt. Bei Geldern, die entzogen werden und wollen das hingehen, dann fällt der Markt einfach so. Das war nämlich genau so eine Zinserhöhung und es wird jetzt einfach spekuliert, es wird befürchtet, dass die Zinsen schneller steigen könnten, als eigentlich erwartet. Unsicherheit, das ist genau das, was wir jetzt auch sehen. Unsicherheit ist das, was am Markt dann auch für Unruhe sorgt und was den Markt dann im Endeffekt auch so volatil werden lässt, nach unten fallen. Dann hat sich Donald Trump auch noch gemeldet und sozusagen die FED untergraben. Dazu habe ich hier noch ein Börsensprichwort gefunden, das kannte ich vorher auch nicht, don't fight the FED, also nicht damit anlegen. Was daraus jetzt noch wird, sei mal dahingestellt. Ich sehe das auch als nicht großartig zielführend. Wir haben sehr, sehr politische Börsen, die hier immer wieder aufschlagen, einen Handelskrieg, der auch immer noch auf dem Plan ist und verschiedene Faktoren, die einfach dazu beitragen, dass natürlich jetzt einfach viel Brennstoff, viel Benzin irgendwo rumsteht und nur die Frage ist, wo sind dann Brandherde und wann werden die explodieren? Und das ist natürlich jetzt, wenn man das Ganze mal irgendwie so in Gesamtheit sieht, Dinge, die natürlich das Ganze noch beschleunigen würden. Wir haben es ja auch im Februar gesehen, dass wenn einmal zum Beispiel ETFs anfangen zu verkaufen oder die Algorithmen anfangen zu verkaufen, dann können diese Bewegungen, die wir jetzt gesehen haben, sogar noch deutlich beschleunigt werden, noch viel, viel schneller runtergehen. Und das sind einfach Dinge, von denen wir uns nicht schützen können, mit denen wir uns nur schützen können, indem wir die richtige Handelsstrategie, den richtigen Investmentansatz wählen, um zu sagen, gut, entweder ich konzentriere mich darauf auf werthaltige Unternehmen zu einem vernünftigen Preis oder ich strukturiere mein Gesamtportfolio einfach so, dass ich nicht 100% long bin, sondern entweder ein Gemisches Depot habe oder auch in Märkten investiert bin, die keine Korrelation bieten. Wie gesagt, dazu aber auch in den nächsten Videos diese Woche dann nochmal ein bisschen mehr. Um das Ganze in Perspektive zu rücken, macht es sich ja auch immer Sinn, den Gesamtmarkt anzugucken. Und was ich vorhin meinte, auch mit den Alternativen, dazu gucken wir uns jetzt mal hier den S&P 500 Dividend Yield an. Wo stehen wir denn eigentlich in der Dividendenrendite über den gesamten Markt gerechnet? Und da sind wir bei einem, ja, relativen Tiefwert von 1,92. Bevor wir jetzt diesen, diesen, wie heißt es hier, den Kursrutsch gesehen haben, haben wir, standen wir ungefähr, ich glaube, bei 1,7 oder sowas. Also wirklich sehr, sehr schlechter Wert. Warum schlechter Wert? Weil wir im Median und im Durchschnitt bei knapp 4,3 sind, etwas mehr. Und das ist natürlich dann immer die Frage, wenn ich hier 1,92% im Mittel bekomme, dann ist das einfach zu gering, auch zu gering für das große Geld. Und da wird natürlich immer geguckt, was sind Alternativen. Und der Markt muss ja, wenn wir hier mal gucken, was so vor anderen Crashs passiert ist, muss ja irgendwo zu einem, ja, zu einem Weg finden, wo es sich dann wieder lohnt, auf Dividendenbasis zum Beispiel jetzt hier zu investieren. Und die Dividendenrendite misst sich ja einfach am Kurs der Aktie, wie hoch die Dividendenrendite ist. Und das heißt, wenn die Kurse jetzt fallen und Aktien günstiger werden, dann ist natürlich die Dividendenrendite auch wieder höher. Und das ist natürlich attraktiver, sich sein Kapital sozusagen höher finanzieren zu lassen. Hier, weil wir jetzt gerade auf der Seite auch noch sind, gucken wir uns mal das Schiller PE Ratio an. Das war jetzt nur das S&P. Das Schiller PE Ratio, ein Indikator, den wir uns auch angeschaut haben, der hier deutlich runter, der runtergekommen ist, also hier so eine kleine Kehrtwende gemacht hat, wo wir hier bei, in der Spitze, ich glaube bei 32 oder 33,5 waren, wo wir jetzt eine gewisse Bewegung nach unten sehen und die Gesamt-PI-Bewertung des Marktes einfach sinkt. Das heißt, das KGV in dem Fall im Gesamtmarkt sinkt. Es ist trotzdem noch, wenn wir uns das jetzt hier auch historisch angucken, immer noch sehr, sehr hoch. Und das sind einfach die Indikatoren, die man sich auch angucken kann, wenn wir hier auch wieder angucken. Der Median, der Min liegt irgendwo bei 16, also dazwischen. Das sind einfach Werte, auf die ich achte, weil es für mich Aussagekraft trägt, wie viel Rendite kann ich denn erwarten, wenn ich jetzt investiere. Denn wenn ich zu Höchstständen investiere und mich dann beteilige, wenn es teuer ist, was wir auch in den Crash-Indikatoren gesehen haben, zum Beispiel Aktienrückkäufe, das sind jetzt die Sachen, über die irgendwie noch Shareholder-Value erzeugt wird, dann kann ich nicht erwarten, dass ich eine astronomische Rendite noch habe, wenn ich da wirklich sage, ich gehe jetzt in den Gesamtmarkt oder ich gehe in ein sehr breit diversifiziertes Long-Portfolio. Aber das heißt, es gibt verschiedene Faktoren, vor allem politisch, ich habe mir den Zettel, deswegen gucke ich da so drauf, vor allem politisch belastet und hier durch den Handelskrieg und durch den guten Donald und natürlich auch die Zinsen, die weiterhin ein Problem, eine Herausforderung darstellen. Ob jetzt der Crash losgeht, darüber will ich gar nicht urteilen, das weiß ich auch nicht, aber die Vorzeichen, das ist meine Auffassung, verdichten sich, die Luft wird dünner, solche Sachen, um den Markt mal ein bisschen atmen zu lassen, sind eine Sache, die notwendig sind und ein ideales Vorgehen dabei gibt es nicht, es wird uns wahrscheinlich immer auf dem falschen Fuß erwischen, weil man es einfach nicht erwartet und das sind ja auch genau diese, ich nenne es mal schwarzen Schwäne, die man nicht kommen sieht, wobei wir jetzt bei so einer, hier noch im Vergleich gesehen, gar nicht mal so langen Bewegung, wenn ich jetzt die Futures heute mal betrachte, noch gar nicht davon sprechen können, dass wir irgendwie in eine Rezession gehen, aber es kann natürlich einleitend sein, ob dem so ist, keine Ahnung, hier aber jetzt mal eine gewisse Einordnung, dass wir uns auch Kennzahlen, die das Ganze widerspiegeln, angeguckt haben, was macht Sinn, warum verläuft Geld wohin, deswegen hier so ein bisschen in den Kontext, ich hoffe, das Video hat dir gefallen, schreib es mir in die Kommentare, ansonsten nächste Woche hoffentlich wieder zurück mit fundamentalen Neuigkeiten, die von dieser Woche haben wir natürlich auch dann für nächste Woche dabei, ich freue mich schon drauf und wenn du selbst eine gesamtheitliche Strategie haben möchtest, mit der du langfristig investieren kannst und zusätzlich auch monatliche Einnahmen generierst und solche Chancen, die sich jetzt bieten, vor allem lieber nutzen möchtest, anstatt zu sagen, ich möchte aussitzen oder ich muss aussitzen, dann empfehle ich dir jetzt mal eine Videoserie, die findest du hier oben in den Infokarten verlinkt oder ich glaube, es ist hier oben in den Infokarten verlinkt oder den ersten Link in der Beschreibung, komplett kostenlos, gibt es hier nicht auf dem Kanal, schaust dir gerne in Ruhe an und ansonsten, wenn es dir gefallen hat, liken und abonnieren nicht vergessen, dann verpasst du kein weiteres Video, bis zum nächsten Mal, bis dahin, einen finanziell erfolgreichen Tag, alles Gute, Ciao.